so willkommen zu einer weiteren folge vom dino park so top angebot haben wir hier irgend so ein flieger 150 harmoniten ausgezahlt freundesexperte habe fünf freunde ok level 8 dein geschenk 3.000 münzen ein ammonit unten so ein shop das haben wir schon mal drehen wir mal an dem glücksrad wir haben irgendwelche steinchen gekriegt hier so hier war ich noch das letzte mal ja nicht mehr drin im spiel deswegen fangen wir wie immer neu an und exklusiv geschenk triceratops 1000 ammoniten ja danke neu aufwürfeln ach so ein geschenk für die mitglieder ich weiß jetzt nicht was ich hier wählen soll gibt es 60 besucher punkte und dann gibt es nur 12 und da ist wasserstelle baumsteppe teil 1 dann nehme man das hier hallo wir hier den urlaub mit sommerlichen besonderheiten dekoration park event dekos platzieren event oder wie was für ein herrliches wetter da bekomme ich so richtig lust auf urlaub ja ich leider ja schade dass mich hier gerade nicht wer kann ja musst du arbeiten das geht eigentlich einigen vor unseren besuchern sicher auch so ich habe eine großartige idee warum wollen wir den urlaub nicht einfach zu uns in den park ich bin mir sicher dass wir ein paar stadtdekoration aufstellen können und wenn die temperaturen erst mal steigen sind unsere besucher auch sicher für ein paar extra sonnenschirme dankbar ja so hilfe von freunden ok danke können so eine drei kisten schon öffnen eins zwei drei vier so benauung abholen das war's noch zwei öffnen weißt du nicht was das alles für sachen wird das auf jeden fall ein wasser stelle ok das blöde ist wird hier nicht angezeigt was das für sachen sind hier kann man mal sehen aber hier nistplatz sandteil das ist der baumstamm baum steppenteil das haben wir schon gesehen baum steppenteil wir haben so ein teil gekriegt bildung abholen naja und fangen wir mal an jemand sauber zu machen ausgezeichnet garten fachmann ok jetzt schon zwei wochen nicht mehr drin ja dann machen wir das mal schnell was ist jetzt hier los wir haben ein paar fossilien die von hilf bitte mit den auszug ach so dass da sind die erst aus aufgetaucht die fossile leckt ein bisschen gespielt da ist noch eins das letzte so nach hause wir wollen erst einmal nicht weiterhelfen freundes copy 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 so warum ist hier schon wieder hier alles schmutzig gemacht so was machen wir jetzt mal mit dem eis hier das event ist vorbei tausche dein eis gegen tolle preise ein ok event ist vorbei naja was sonst war nicht so schlimm so wir können ja glaube ich hier noch ein gebäude einen neuen stand können wir einsetzen shop fachmann so und dann können wir hier für harmoniten nein danke haben wir das schon irgendwo hingestellt haben wir das schon irgendwo hingestellt wir können aber hier herstellen oder ja das wird wahrscheinlich ein mitarbeiterhaus sein in drei stunden ok kann man das nicht verkaufen hier das größte nur wenn du meine aufgaben erfügt ok hier was sollen wir machen wir müssen Geld abholen wir müssen Pflanzen gießen und aufräumen die wollen auch noch spielen aber nicht viele Tiere wollen hier spielen einige nur so hier aufräumen hier füttern hier füttern hier ist ein gratis fütter die wollen auch noch spielen so was haben wir denn jetzt hier ach wir haben hier noch einen shop drin stehen stellen wir mal hier hinauf der will auch noch Futter haben hier und spielen möchte der das gleiche es geht hier etwas langsamer zu euch bei Zoo so was haben wir denn hier noch so ein Teil und dann haben wir noch ein zweites Tier wie das da hier wahrscheinlich, oder? ja so so jetzt haben wir das zweite Tier da drin dauert ein paar Sekunden dauert es so was gibt es da noch Neues Neu 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 das ist auch neu das ist der hier wahrscheinlich die wollen auch noch spielen ne die wollen auch noch spielen ja ihr sitzt mit Dinopark kenne ich mich nicht so gut aus möchte ich auch eigentlich nicht das ist eigentlich nur zum Zeitvertreib das Spiel so die haben schon gefüttert gefressen muss man sagen eigentlich so Spielgerät oder was ist das? Baustamm Gras äh nein so wie sieht das aus da Teig sieht immer hübsch aus also von der Qualität hier ist das natürlich schon weiter entwickelt als so 2 dann stellen wir das mal auf was macht ein Wasserstelle? ein Wasserstelle hält das Gehege sauber und gibt Bonus Erfahrungspunkte ok das ist schon klar was haben wir hier hier haben wir die ganzen Tiere was wir gekriegt haben so Glücksrad Glücksrad können wir wieder drehen ja wenigstens mal die Bäume und nicht diese läppischen 50 Münzen da kann kein Mensch gebraucht was mit dem Müll warum wird der nicht angezeigt hier Sand nein Sand das ist Müll was da liegt aber nicht das ist das ist das ist das ist das ist Vielen Dank.